ein fröhliches meine stimme ist im arsch ein fröhliches und herzlich willkommen zu einer neun folge die spum sich knallte aliens ab hoi joi neue aliens attacke holy moly weg der 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 ich weiß auch nicht ausweichen möchte wo sich einfach nur mehr ich bin ja auch nicht blöde ich bin auch nicht der volk der ideologen da war noch spugge die bleibt echt lange kleben ich weiß so geschafft spritte ist alle weiterhin deswegen ab zur basis fangen wir hier so ein bisschen lang nehmen wir mal hier so ein bisschen lang ich muss mal so ein bisschen mein ding drehen so so ist besser und da ist noch mehr alien oder noch will er das ist ein mikro alien also mikro aliens können wir ganz schnell mikroisieren guten tag 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 da ich mal ganz kurz da immer ganz kurz ein blick ich fahr kurz nach dem sprung aber ich auch schon wieder für sie da guten tag tschüss so haben wir denn hier eigentlich irgendwann mal irgendwo blöde scheiß dreck namens öl weil ich suche noch immer neue öl ressourcen das tat noch nie mal wieder habe ich noch nie mal gespürt das sollte ich auch nicht spüren gucken wir mal war langweilig war langweilig so fahren wir weiter so einen blick die habe ich getriggert die habe ich getriggert aber so was von so was von die habe ich auch getriggert so kurve hier links rechts antäuschen auftäuschen bremsen warten abknallen schüch 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 so das war es hier wohl dieses alien ist also sofort nicht mehr existent aber leider nicht durch der dreck gefahren so fangen wir hier mal einen kleinen bogen beseitigen wir direkt im ursprung einmal kurz zur ursprungs beseitigung gut jetzt auch noch mal so eine kleine ursprungs beseitigung nötig da sehe ich auch noch was groß da wollen wir mal ganz kurz gucken gehen ich habe doch immer noch ein bisschen kohle in die tasche so das haben wir hier mal gucken weil da sehe ich einen roten punkt der mir nicht gefällt jetzt ist der weg wo ist denn der hin der rote punkt der auch hier einen ruder punkt oder nicht keine ahnung da ist was da ist was los meine namen herren da sehe ich doch los entspannendes vor holi moly kuckuck 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 stehen bleiben oder ich schieße ich habe so gesagt bleiben sie stehen so ab nach hause auf voll zum nach hause kurs war damals mein gleich sollten wir erste sehen erste barrikaden auf ein bisschen achtung fertig da ist die mauer da ist die sicherheit der sicherheit also wie immer volle kanne bisschen bei steuern wie sie mehr bei steuern keine scharfen kurven nicht so was habe ich doch gerade gesagt keine zickzack linien gut kurve hier ist die verteidigungsmauer der baum muss weg hier müssen wir auch durch hier muss ich lang glaube ich oder wo ich nicht wo ich ihn lang muss hier entlang muss hier durch hier kann ich durch so lang und sicher gut dann so nicht weil ich bin ein profi fahrer habe ich da gar nicht durch mit schmack ist auch nicht scheint so gut was mal so dann nicht durch so gar nicht passen da gar nicht durch von sondern das hier schön wird wenn das gar nicht holy moly wir sind da meine damen und herren endstation kuffer kuffer endstation warum ist denn hier nichts drin warum ist denn hier keine kohle wo ist denn die scheiß kohle sollen das hier sollen das wenn das gesagt dass das hier krais ich kann noch vom kopf abkissen von profi profi sind vorne vom profi ist Poovi 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 in die elea Loppa Lolo Lolo Pau trotz der langen Verzögerung läuft noch immer hier das Koffer wunderbar sogar hier läuft es noch mal ist ja noch besser ich kann auch hier klicken für kurve auspuffen von puff von puffysand vor aus puffysand vordern so sind schon ganz schön lahmarschig wenn ich mal sagen da wo immer ein bisschen karotte geben so kommt jetzt jemand was aus der puffer puffysidee ich habe auch keinen ich habe auch kein brennstoff mehr ich habe auch nichts weil ich dem jetzt gerade mal so leute ich ihm doch jetzt endlich diese fucking kugel brauch spritte was sprit braucht brennstoff geben brennstoff ja 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 so jetzt hier viel vergnügen mit sprit schön schöne fahrt schöne reise da ist der zug da ist er da bewegt er sich aus unserem sicht fett da ist er auf der schaubstrecke diesen hängpunkt ganz klar knapp punkt hier eine sehr elegante farbe ist sehr elegante farbe sehr schön hier schöne einladen manövers von dem hohen ist das hübsch aus sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön so ist hier wieder irgendein erzförderer der sagt jetzt ist feierabend ja ist er sagt noch nicht verhandelt er auch noch nicht die sagen noch alle noch nicht feiern so der kann weg der soll jeden Fall weg wegmachen mach mal weg gemacht mach 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 weg hochkurtiert hochkurt blood hole für Kuhlidhold der Kuhlidgen 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 Kuhli kuhle 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 es ist ja echt alle fülle oder alle fülle ist hier so wie sie das hier mit der dingsbums aus nachschauen hier ist auch alle fülle es ist paradies ist gerade alles dicht weil warum wo klemmt wo brennt die rote gelb grün schwarz und gibt noch für eine farbe die liebte nach dem kind jetzt hat es denn hier mit lila flaschen das ist jetzt hier mit lila flaschen die lila flasche für probleme lila war der selbe lila wie die lila war die liebsten lila was hast du denn lila flaschen was hast du dingsbums was fehlt starr damit habe ich nicht mit gerechnet recht da noch keine sicherheit mich an ist mich um diesen musen montiert habe da tut mir leid damit habe ich nicht gerechnet durch blöd bin das war nicht berechenbar eigentlich schon aber das habe ich vergessen es tut mir leid dass ich vergessen habe ich bin ein blöd in durch durch bin ich muss mich vielmals um entschuldigung bin er tut mir leid ich bin bescheuert so was machen wir jetzt aber machen wir halt so 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 man mal den scheiß da so man mal ein hier den scheiß luft ich sehe da problematiken große problematik sehe ich da die das hier vielleicht lösen könnten doch ausladen reicht einer einladen reicht der so schmeiß mal rein ins das zeug wusste ich habe es doch gerade noch b bescheuer ich weiß es ist eine fanfrage da da sind sie ich muss auch mal ganz kurz können sie den markons kurz reparieren sondern wie die ganz kürze reparatur zeug drüber so damit es besser ist so die auch noch kaputt machen wir auch ganz kurz heile so was haben wir noch ich habe echt viele baupläne das kudex portieren ok ok auch 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 jo ok so mach mal rein hier schmeiß mal alles rein damit wir endlich nicht mehr so viele blau blau pausen mit uns in die tasche schleppen das ist ja einfach nur lästig so jetzt haben wir nur noch ein buch das guck mache ich hier einen schuss gelbe milch schon mal damit ich weiß nicht verschießen aus 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 gut so ja 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 sehr schön sehr schön sehr schön können wir das auch reparieren oh shit shit shirikowski wie machen wir das wie machen wir das jetzt hier la 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 sieht niemand weiß niemand so liebe leute das merkt keiner ihr müsst euch so vorstellen das ist ja gar nicht da klar soweit ich weiß es du weißt es wir beide wissen das gibt es gerade gar nicht klar haben wir da habe ich gerade beschlossen dass diese reine illusion ist gibt es nicht meint sie nur bildet sie gerade alles an sage ich hier ich sagte das du sagst tico du hast recht klar soweit es gibt es nicht das gibt es nicht es ist nicht existent dieser scheiß oh elegant habe ich das gelegt mhm perfekt jetzt soll das gleiche platter lalala so jetzt soll es hier gleich wie schuppe von den augen fallen es ist eben traurige angelegenheit dass ihr so wenig stahl anlatscht das muss ich jetzt ja echt wieder alles runterziehen ich kann auch was sein oder wofür wofür werden die gebraucht hier wofür brauchen die die brauchen stahl wtf wtf wofür wofür brauchen die stahl bevor sie wieder ausgehen stahl so mama leer hier den dreck so perfekt so ich habe sogar noch von den roh ich habe sogar noch roh die dinger hier oh geil oh geil das ist gut das ist gut das ist gut sehr schön sehr schön sehr schön so hier muss ich auch noch mal drunter hier müssen wir auch noch mal drunter mal kurz drunter guck zum drunter machen so wunderbar holla das war äh mein essen mein leckerbissen mein parkitekt leckerbissen ne sehr leckerer parkitekt leckerbissen so jetzt sollte es hier klappen hoffe ich glaube ich wer weiß wer weiß hat schon mach mal halt mal attacke von die sind schon rot da muss nichts rotes mehr ran ja nichts blaues das braucht kein blau so mach mal so hier mach mal so muss jetzt alles auf blau abgequadet werden beziehungsweise rot auf rot nicht auf blau was labber ich hier so hier reicht bis da ab da muss das klar soweit so sieht gut aus mhm sieht sehr gut aus so lonken die jetzt mehr schlecht als recht montieren wir mal ein bisschen auf lassen wir mal ein bisschen aufpumpen hier und aufspielen ist noch immer hier so eine lächerliche so eine lachnummer was hier gerade läuft ist echt eine lachnummer was hier gerade mache hier kommt ja nichts an hier ist ja alles nur lachhaft was ich hier mache hier passiert nichts hier läuft keine maschinenproduktion gehe halt nicht vom stadt so attacke so wir spielen jetzt hier wirklich alle so woran klemmt klemmt dann was zum teufel will ich nicht so so mach mal ich weiß nicht warum warum tust du das liebes spiel warum tust du es was habe ich dir getan oh ne 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 ganz sicher nicht ganz sicher nicht können wir kann jemand mal das aufgraden upgraden meine ich kann jemand das mal hallo einmal bitte upgrade danke abfahrt einmal wieder upgrade danke abfahrt abgeht die katze ab gegen katze übelst schnell geht es jetzt hier schlack 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 oder die das geht echt gut hier muss ich sagen echt gut geht dann muss ich ja hier fast überlegen ob ich das nicht auch äh abgeraden upgrade muss ne ob das nicht doch abgegratet werden soll jetzt in ruhe weg dann machen wir das halt ne 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 das ist ein totaler koko los so bide bide dange jode dat schmeckt das schmeckt schwupp 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 das gefällt das gefällt man so haben wir eigentlich schon mal eine granare ausprobiert ich glaube nicht deswegen machen wir das mal und damit durch meine nächste tücke wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag wunderschöner wunderschönten morgen war noch immer dieses tolle wie ihr seht und damit noch tschüss und miau tschau dann das b da das b da die das b